diese änderung in nba 25 wird alles noch schlimmer machen worum es genau geht im großen und ganzen geht es mir in diesem video um die plaketten nba 2k macht jedes jahr irgendwas mit diesen plaketten dass sich etwas im spiel verändert dass etwas besser wird ich glaube dieses jahr wird es schlechter warum das ist das werden wir am ende sehen jetzt gucken wir uns aber erstmal alle plaketten im game an dieses jahr wohl 40 plaketten die für den skill der spieler zuständig sind nur zur info letztes jahr bzw immer noch ja dieses jahr nba 2k 24 my team gab es 77 plaketten so jetzt haben wir wie gesagt die nba 2k 25 plaketten vor uns ich werde einfach mal was zu denen sagen die neu sind weil die die wir schon kennen da brauche ich nichts zu sagen guckt euch die beschreibung im game dazu an ich sage euch direkt da ist nicht viel neues dabei viel wurde einfach nur zusammengefasst oder sogar nur umbenannt wir gehen mal rein erste neue plakette ist layup mix master improves a player's ability to finish fancy or acrobatic layups successfully ja junge das ist acrobat die kennen wir schon die plakette paint prodigy improves a player's ability to quickly and efficiently score while going to work in the paint das klingt ein bisschen wie slithery von dem ding her dass man sich in der zone gut bewegen kann gut physical finisher improves a player's ability to battle through contact and convert contact layups so ein bisschen aah fearless finisher fearless finisher vielleicht ja post powerhouse strengthens a player's ability at backing down defenders and moving them with drop steps das ist irgendwie back down punisher ne post a poet raises the chances of taking or getting by the defender as well as scoring when performing moves in the post da fällt mir jetzt erstmal keine plakette zu einer muss ich gerade mal gucken es könnte sowas wie posts bin technischen auch so ein bisschen sein das kann so ein bisschen ein bisschen was wie drop stepper sein ja das sind das kann man schon so mit rein passen packen na das sind plaketten die kennen wir schon so dann haben wir eine neue flying die naja die schnelligkeit und die sprungkraft beim block versuch in der defense wird verbessert ja haben wir schon chase down artist hatten wir die in den letzten jahren also okay versucht sachen hier als neu zu verkaufen die gar nicht wirklich neu sind merkt ihr dass wir gucken uns mal die nächsten plaketten an und guck mal wie es da aussieht kennen wir schon kennen wir schon kennen wir schon on ball menace eins und bodies up while defending on the perimeter 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 der englisch lehrer nee das ist das ist clamps das ist die kletter die kennen wir schon aus dem letzten jahr einfach nur neues bild neuer name cool paint patroller increases the player's ability to block or contest shots at the rim anchor einfach die enka badge umbenannt easy mini marksman elevates the likelihood of making shots over toller defenders das ist doch mismatch expert oder also ich weiß nicht wie es euch geht aber das ist doch mismatch mismatch expert z specialist kann ich euch sagen ohne die plakette in beschreibung zu lesen das wird claymore sein und catch and shoot boost chance of knocking down standstill jump shots catch and shoot und claymore zusammengefasst würde ich sagen vielleicht auch ein bisschen open shots schiff die shooter das ist ja agent 3 improves a player's ability to successfully make off the dribble high difficulty jump shots ja da haben wir blinders drin da haben wir agent 3 drin was haben wir da noch drin und den shooting badges gar ab vielleicht noch ja das haben sie gut zusammengefasst das will ich jetzt gar nicht hätten wenn man mehrere plaketten zu einer zusammenfasst ist erstmal positiv aber zum negativen kommen wir noch ankle assassin ist ankle breaker die kennen wir die kennen wir die kennen wir lightning launch da haben sie die plakette speed booster und ich denke blow by so ein bisschen zusammengefasst speeds up launches when attacking from the perimeter habe ich wieder das wort ich weiß gar nicht wie man es richtig ausspricht ist eigentlich eigentlich strong handle haben wir physical handle das kennen wir schon an plockable kennen wir und versatile versatile visionary improves a player's ability to thread and fit tight passes including alley ups and quickly and on time needle threader ist eine plakette die mir da direkt einfällt und special delivery das ist die ja quasi die assist plakette für alley ups ansonsten ist das glaube ich gewesen also einige plaketten sind komplett weggefallen so jetzt kommen wir zu dem haken ich lese den teil mal ganz kurz vor dann sage ich euch was ich davon halte und was ich da für das spiel leider sehr das ist der my player blog ich weiß aber diese änderung hat auch für my team ganz ganz krasse konsequenzen wo fange ich an wenn okay spieler raus bringt dann ist es ja so dass ganz oft die spieler vom attribut her gar nicht den großen unterschied haben der unterschied den die spielerinnen haben damit du den nächst besseren haben willst das ist dann nicht dass er plus zwei dreier und plus 1 schnelligkeit und plus 3 in irgendwelchen defense kategorien hat damit kann man leben das warum du ein spieler wirklich dann aus vom gefühl her ist weil er entweder viel krassere animationen bekommt was dieses jahr nicht passiert ist außer ganz am ende oder dass er in irgendeinem bereich auf einmal plaketten hat die er vorher noch nicht hatte okay cool wenn wir dann irgendwie an diesem punkt sind wo ein spieler alle plaketten hat dann geht es darum okay sind die plaketten jetzt auf silber sind die auf gold wie viele hall of fame plaketten hat er und jetzt ist eigentlich das ding mit hall of fame plaketten zu ende und okay bringt jetzt noch mal eine steigerung rein in das spiel mit den legend badges wo sie sagen können okay du hast jetzt einen spieler er hat alle hall of fame badges wir bringen spieler raus er hat alle hall of fame badges aber von den hall of fame badges sind zehn legend du hast den spieler wird alles hall of fame 30 call of fame 10 legend hey wir bringen spieler raus er hat 20 legend badges und 20 call of famous brauchst den neuen hey du hast den spieler mit 20 ihr wisst worauf ich hinaus will das geht dann alles wieder gestuft so hoch bis ein spieler alle legend badges hat das heißt wir haben jetzt noch mehr abstufung und das ist für tukai in dem mighty modus einfach und ich verschluck mich hier und ich fange an zu schwitzen weil so heißt es aber okay hat jetzt durch dieses plaketten system in my team noch viel mehr möglichkeiten uns viel mehr von den gleichen spielern zu geben nur ein bisschen besser nur ein bisschen besser damit wir wieder noch den nächsten kauf in die packs mal rein machen und dass wir den nächsten spieler haben möchten und dass wir die spieler die wir haben nicht mehr gebrauchen können und das ist das ganz ganz große problem an diesem plaketten update die plaketten die wir da sie sehen haben schön und gut alles fein alle plaketten wichtig so wie sie geschrieben haben ich brauche das alles mir fehlt da jetzt auch erstmal nichts die die weg sind die verwerte ich wahrscheinlich nicht vermissen aber was diese abstufung und dieses neue vierte level mit sich bringt das wird ich hasse das jetzt schon und das spiel ist noch nicht mal draußen es dauert noch drei wochen bis das spiel rauskommt und ich hasse dieses vierte plaketten level jetzt schon schreibt mal gerne in die kommentare was ihr davon haltet ich glaube das wird eine absolute katastrophe noch mehr pay to win noch mehr du brauchst die nächste karte ich dachte eigentlich es geht nicht schlimmer als das was dieses jahr schon gab aber ja mal sehen wie sie es letztendlich umsetzen vielleicht wird es ja doch ganz gut ich glaube das alles erst wenn ich sehe ich bin erstmal raus